ich bin mal ganz hart und fahr zu D pick dich Firefox 3 und fahr zu D ich bin hier bei den ich hab voll schiss im abheben mit einem jet da musst du Vollgas geben, bis du er völlig verbindst nein, quatsch, jetzt wird doch nicht so was doch, steht ja, du hast verstanden, das ist ja schlimm die Schwerkraft wird absendlich über die Kiele, um weit entfernte Ziele zu treffen, solltest du daher minus sie zielen boah, voll geil ich bin so froh, wenn der neue Pad draußen ist, weil dann geht dieses ähm, MLB als Helikopter benutzen geht und dann hört endlich die scheiß Glütscherei auf Metro auf echt coole Sache ich bin tot, Mann ich bin hier gerade weg zu meinem Leben am Laufen da habe ich irgendwo so ein MAV äh, SVOD oh, ein Sniper aber gehen wir zu E oder ja, ich bin gerade auf dem Weg zu E ich glaube, das ist sicherer hallo bitte drück in die Kuh, genau, jetzt Alter mit Kuh ich dachte, du wärst gerade ein Gegner, ey ich hörte Gott voll Schiss mach hier doch, mach hier doch jetzt mal E ach, ich bin nicht schön ja was sag ich denn nicht, unser Schiss ich hab dir ehrlich gesagt, nicht zugehört leck mich ne, krieg ich etwas hau, die Menschen oh, wagi weißt du was, wir sind Tatum oh, ganz hoch er wird die alle wünde ach, du, das Eisertiel oder 9 ich wurde rausgeschossen nein, oder? doch ja, aber nicht mehr lang der geht drauf, der geht drauf der ist da, der hat überlegt, der Wichser na, so schlimm ja, boah, den, den, den krall ich mir, den Wichser dafür lauf ich jetzt extra nochmal zurück, ey der ist da hat gesuscht ich bin schwimmig 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 schwimming ich bin schwimmig 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 Stopp, wie bist du? Wasser und tot du bist tot würd ich sagen ja jetzt bin ich tot die hab mich gesehen ich wollt eigentlich so undercover style machen hat aber nicht funktioniert Ey wo schiest du denn der auf mich? hinter so ne Mauer Jetzt steht der M-Jack bei A, du könntest mal rein, du würdest jetzt im BG, ne, das ist doch, ne, Flugabwehr, das ist doch. Ich bin im W.O. Wenn du fliegst, ist das nie gut. Ne, ich flieg's nicht. Kann man nicht. Ja, ich schlade voll, steig mal auf. Haben wir den Punkt? Lull. Der doof. Boah, scheiße, der noch weg. Boah. Achtung, das Einsatzziel wurde gerade neutralisiert. So gut. Da stehen die A, da. Da steht wo, da steht, boah, rechts von rechts. Ich bin tot. Scheiß Sniper. Ja. Lass gleich bei dir spawnen. Ja. Oh, Mann. Jet, scheiße. Nein, ich spawn bei dir. Achtung, das heißt, das Ziel ist nicht mehr in unserer Hand. Das hat mich jetzt echt Überwindung gekostet, ne, nicht in den Jet einzusteigen. Ja, mich auch, ich hab's auch wirklich. Da drüben steht dieses fucking Boot. Ja, den krall ich mir jetzt. Ja, den, den geschützten hab ich. Der wixert mich. Den hab ich aber auch gar nicht gesehen, irgendwie. Boah, der hat's voll auf dich abgesehen. Ja, ich lauf. Und jetzt bist du noch? Boah. Haben wir B noch? Äh, D. Ja. Boah, ein Halb. Aber da steht ein Panzer, boah, da gibt's gleich sowas. Spawn da nicht. Ich schon. Ja, aber das Wort ist vom Panzer. Ja, deswegen mein ich spawn da nicht. Ja, tot. Ist egal, ich spawn, warte mal. Nicht Javelin, sondern Swan. Ja, schneller, der bleibt schon. Der wird nicht repariert. Der ist auch gestiegen. Boah, Dreckssniper. Ja, Messer ihn, du Wichser. Da hast du's. Mein Kamerad. Der Wichser wurde gek... Oh, Viper, 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 Viper. Sag mir bitte, du bist in der... Nein, du bist nicht in der Viper. Nein, ich bin in der Viper. Aber jetzt bin ich in der Viper. Oh, okay. Ich bin in der Viper. Was fliegt mich denn jetzt eigentlich hin? Ich bin bei E. Alter, kannst du mal ordentlich fliegen? Ich bin bei E. Also, ich bin bei E. Aber irgendein Malmacher. Nein! Oh, flieg doch ordentlich bitte! Der Feind hat sich alle Einsatzziele gesichert! Hochpflicht der Zahn zu! Aufhört! Ja, da... Irgendwie hält alles auf euch drauf. Ja, ich bin schon abgesprungen. Ah, hi. Erstmal gucken, ob hier irgendwelche Snipers sind. Da sind einige Leute. Ja, ich mein hier oben. Da hinläuft er wo? Wo? Da wo die Taschenlampe läutet. Oh, ich hab nicht den Eindruck. Fuck, am Ende der Punkt geht. Da kommt ein Panzer auch noch. Oh Gott. Boah. Heilige Scheiße, der mich erschreckt. Warum nicht ein Panzer? Ja, der hat gerade auf mich geschossen. Doch nicht. Ich bin tot. Ich knofe im ersten Platz. Coole Sache. Du. Ja. Ey. Jetzt steht der Panzer drauf. Den hol ich hier. Warte, warte, warte auf mich. Haschen. Und rauf. Warte. Ich bin tot zu. Wie hat ein dämliches. Der kommt zu dir! Tret dich um! Nein. Nein! Oh nein, den wirkst so billig. Hat der dich gemessert oder was? Ne. Ja, toll. Mal lass mal warten ob wir irgendwas Busschelnes bekommen, wie so Heli oder sowas. Will nicht Boot fahren. Wo ist unser Heli? Weiß es nicht, ich habe Fandom. Ja, wir haben so. Die Staube wird anbietet. Welche Seite will ich? Ja, nicht klar, nicht klar. Ich hoffe, ob wir das schaffen. Nach rechts schwimmen, nach rechts schwimmen. Ah, jetzt wurde auf mich geschossen. Das ist doch behindert wieder. Leichtpanzer in eurem Gebiet gesichtet. Rück mit Orchester, Vorsicht weiter vorn. Over. Wie flipp, wie ich fahren mit dem Boot schon geht besser. Da könnte ich klicken, man steht ein Angler, wie dein Angler. Ich will schauen. Oh, ich hab grad größtes schwimmen, ich hab voll über die Zulei. Ein Zeitsicher Panzer wurde durch die Operation vor gesichtet. Rück mit euterster Vorsicht weiter vor. Logischem Legi, oh Gott, das geht so schief. Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert, aufbauen. Boah, ich leb noch. 30 Prozent. Jawoll, nice attack. Ah, shit, stauben müssen. Ja. Ja, ich kämp' ihn schon. Wir haben einen Pfanzerjäger in eurem Einsatzgebiet entdeckt, aber... Achtung, das Einsatzziel ist verloren. Boah. Alter, wieder mich verarschen. Ah, bei Bebennuschen muss ich mal ran. Boah, ich wollte grad Messer machen, ob der mich angehebt. Ja. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen! Okay. Wo weiß ich, dass sie hinter uns sind? Die sind überall. Rot? Ja. Ja. Na, dann kämp' ich mal. Wir haben einen feindlichen Emelie in eurem Gebiet gesichtet und... Ah, nein! Bitte nicht! Der schießt nommel, der schießt nommel. Wunderbar. Komm her, du kleine Missgeburt, ich krieg dich auch so! Panzer. Magie. Heli, oh man, hier ist alles. Mein Sound hat grad den Geist offen gegeben. Wir kriegen B nie im Leben eingenommen. Ja klar, wo er will, du willst, dass ich da bin, ey! Wir müssen gucken, dass wir nach hinten kommen. Ich bin ja schon gerade auf dem Weg zu E. Ist das cool oder was? Ja. Du weißt nicht, du weißt nicht hier. Du weißt nicht, du weißt nicht hier. Du bist so Sanibel. Naja, aber was wird wieder gut gestellt. Wir gehen wir eh, wir gehen nicht mal ein Stückchen nach hinten. wir haben noch nicht mal mit dem Ticket zu holen aber hier ist keiner ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen und dann so D oder? ja da irgendwo steht ein Buggy ah da steht ein Fluss drum Oh das Born, der wir den Punkt haben Achtung, das ist ein Einsatz, ziehen an! Achtung, der Neue! Das verfickte Boote sind immer noch da! Haben! Was? Was? Ja Ich verschanz mich in den Ruinen Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert! Ich glaube das ist ein Heli zu oben weg Ich glaube das ist ein Heli zu oben weg Bin tot! Sniper! Boah versteck dich bloß ey! Ab, ab, ab! Aber du bist schon tot? Ne! Der ist bei diesem Telefon-Master Ja da lauf ich schon tot Wie sich da oben büten bin ich tot Ja Oh, oh der hat sich perfekt getroffen ey! Oh fuck! Ich hab's geschafft! Ich hab' dich an Überleben Und der Typ ist tot E-K Ich, ich warte jetzt ja mal grad, bis du's wohnst Na! Und... Ein, Einsatzstil ab! Wir haben das Einsatzstil nur geheimlich, so weit Und die Maridings Ja klar! Null Null Pass auf, da ist ein Sniper auf den Gleisen und einer, den ich angeschossen habe. Den habe ich markiert gehabt. Boah, bleib am Leben, bleib am Leben. Gleisen. Boah, ich bin los. Och Gott. Da war einer direkt neben mir und ich wusste es nicht. Dreckige Pizze. Dreckige Achtung, toll. Bei Aasmo, komm. Achtung, alle Herren, wir haben das Eintracht hier verloren. Ja, klar, ich halte komplettes Magazin rein, um der steht. Regime, unterschied. Gott, war mein Schiff. Einen habe ich noch gekriegt. Einen verfickten Wichser habe ich noch gekriegt. Oh Gott. Das war so scheiße. Unglaublich. Wir sind nicht in einem Squad. Ich sollte euch boh formerly bei einemuar. Ich freue mich für einen toll. Und dann habe mich Aquí hab ich mich schon. Ja, wie schön. Vielen Dank.